Musik Das Donauzentrum ist das neue Lifestyle Center Wiens mit der größten Fashionkompetenz und die wollen wir hier und heute und die nächsten neun Tage auf der Style-Insel darstellen und zeigen. Musik Für jemanden, der Mode begeistert ist, ist das ein Paradies. Also es ist alles unter dem Dach, es ist ein Hammer. Also ich bin ja auch selber sehr gern immer da. Das Donauzentrum kenne ich ja wahrscheinlich länger als ihr alle. Weil ich habe da schon Schule gestangelt, wie das Donauzentrum noch so wutzig war. Ja, ich liebe das Donauzentrum. Ich liebe es! Ja, ich liebe das. Ja, ich liebe das. Der Adi hat so einen herrlichen instinktiven Griff für die richtige Sache für den richtigen Typ oder für den Typ und das findet man selten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017